Vermutlich kennen Sie das Phänomen. Sie haben sich ein neues Mikrofon gekauft, haben es an Ihr Audiointerface angeschlossen, machen die schönste Aufnahme Ihres Lebens, hören Sie sich an und nur auf einem Kanal hören Sie Ton. Das ist natürlich sehr ärgerlich und TechSmith hat die vielen Wünsche Ihrer Kunden erhört und ein neues Feature eingeführt, mit dem man dieses Problem korrigieren kann. Wählen Sie dazu das Register Audio, wählen Sie eine Audiodatei aus und klicken Sie dann auf Mix Mono. Daraufhin wird der Ton auf beide Tonspuren gleichmäßig verteilt und Sie haben ein wesentlich angenehmeres Hörerlebnis.